Herzstück dieser Formation ist Nutt. Da zieht er ab, da passt er klasse auf. Da sah es kurz so aus, als könnte er die Balance verlieren. Jetzt vielleicht. Und da haben wir es, das Tor. Wird das seine Torchance? Er versucht es. Gute Aktion vom Torhüter. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch. Van der Vaart. Der Ball ist im Tor. Sie sind zurück im Geschäft. Matic. Den Ball hält er gut. Er köpft ihn. Da ist der Treffer. Sie liegen vorne.